Wenn ihr euren Desktop aufnehmen wollt, solltet ihr am besten das Programm NVIDIA GeForce Experience verwenden. Das kann jeder Benutzer mit einer GeForce Grafikkarte installieren, wenn es nicht schon vorinstalliert ist. Habt ihr das Programm geöffnet, geht ihr auf Mein Rig und schaut, welche Grafikkarte ihr genau habt. Um die Aufnahmefunktion des Programms zu verwenden, muss bei der Grafikkarte ein GTX stehen. Anschließend könnt ihr hier auf Shadowplay klicken. Nun ist es noch ausgeschaltet. Man sieht es hier, wenn wir hier jetzt einmal raufklicken, dann dauert es ein paar Sekunden und die Funktion wird aktiviert. Das erkennt man auch daran, dass jetzt unten rechts dieses besondere Symbol zu sehen ist. Es kann auch an einer anderen Ecke des Desktops zu sehen sein. Wenn ihr damit jetzt nicht nur Spiele, sondern auch euren Desktop aufnehmen wollt, müsst ihr allerdings noch auf Einstellungen hier klicken. Und ein Hähnchen bei Desktop Erfassung zulassen machen. Anschließend könnt ihr hier nochmal kontrollieren, welche Tasteneinstellungen ihr für das Starten der Aufnahme bzw. das Enden der Aufnahme habt. Ich habe hier die Tastenkombination Alt und F9. Ihr könnt aber natürlich auch jede andere Kombination wählen. Diese Einstellungen sind immer gespeichert. Das heißt, wir können das Fenster jetzt zumachen bzw. einfach Shadowplay aufmachen und mit der ganz normalen Desktopaufnahme beginnen, indem wir Alt und F9 drücken. Wir sehen jetzt, dass sich das Symbol hier unten verändert hat. Es ist nämlich ein Kreis darin zu sehen, ein grüner Kreis. Und wenn wir jetzt die Aufnahme wieder durch Alt und F9 beenden, geht dieser Kreis weg und es ist ein Speichersymbol zu erkennen. Wenn wir dann fertig mit der Aufnahme sind, können wir Shadowplay wieder deaktivieren, indem wir auf diesen Schalter drücken. Und wenn wir jetzt die Aufnahme sind, können wir auf diesen Schalter drücken.